Musik Ja, da ist ein anderer da drin. Ja, da ist die Batsche. Ja, wenn ich mal beitrete, dann haben wir. Ja, bei mir wird der Wald geladen. Ja, steht bei mir aber jetzt, ob er im Eck, ach krieg im Ballsaal, Frontlinien. Aber der Hintergrund vom Wald. Ja, zwischen dem Wald und dem Ballsaal. Kann ich mit meinem Gehriegel da rumrennen und kann die Eichhörnchen vergewaltigen. Bleib stehen, du scheiß Eichhörnchen, bleib stehen. Und anstatt Patrone schießt der Klobärste. Und das einzige Eichhörnchen zur Strecke zu bringen ist es, anal zu treffen. Ja, direkt. Da schmeißen wir direkt beim Boost drin. Ich hab ja genug. So, dann nimmst du mal die Spritze mit. Wir werden Granaten nimmer später. Ach so. Ich bin da schon mächtig, um euch zu stellen, um mich auf den Krieg zu fahren zu bereiten. Das ist ja gerade mal ein 2-40-Store. Ist ja hart. Rater, was doch geil ist. Du musst doch hinter dir herlafen und erreichst nur eine Pistel auf den Arsch schießen. Mach richtig das weg. Ah, ich brauche Munition! Ich brauche Munition! Handel dich selbst! Ich brauche Munition! Du bist Sanni! Ich brauche dringend Munition! Du hast das Päckchen hergeschmissen wie so ein Knochen, warst du nur Darm angestreckt? Ah, die Brüche von dem Spiel sind manchmal schon ganz groß. Das ist was. Oh, er war dein Ding hier. Ah, hier war deine Flagge. Bei der Flagge, ran der rum. Und er kommt direkt um voren. Das ist nicht blauen. All das ist, was du hier. um die eck mit seiner schwule automatik ja den habe ich ja ich habe nichts gesehen in der camp das war eine magische Anstrengung zum Beispiel um eine halb Stunde anstrengen die Lacken fahren Das ist eine große Herausforderung. das ist mir das so logisch weil was anders erkennen sie doch nicht spiele die kinder müssen sie sich doch mit dem scharfschütze hier stelle war so die runde startete da jetzt gibt es auf die fresse ihr wichser doch ohne scheiß die der blut gehen wir hier auf dem spiel und so einer kart die scharfschützen wie gesagt dort die selbstlehrer gewähren wo die muss bieten in der selber einstellung die kriegen nichts auf die reich schwör das also nichts keine die kinder auf geht es bei kommen wir die andere wieder lange mehr gespielt 1906 werk starstübchen super farby legendär namensmäßig sind sie wieder alle vertreten ja ja doch erkennt stimmte noch also ohne die gehen Das war der Beste, der weiblich war. Samo. Braucht jemand erste Hilfe? Erste Hilfe, nehm schon! Das ist einer ihres Meeres! Maschinengewehr, einsatz und zwei! Erste Hilfe, greift zu, Mann! Saul, nehm schon, Vorsicht! Ach ja klar! Ah, hmhm. Ach露ach! Waddageheheh! Mach we sh cambio, fach dalej! Ach露ach! Ihr braucht das doch, mach ein Ты! Seht ihr den? Stumm, Soldat! Wir haben Einsatzziel Celsa erobert. Ja klar, komm ey! Schau dich wohl, Leute! Erste Hilfe, greif zu! Was ist denn hier im Tor? Feindliche Sperre gesichtet! Entrobert Einsatz! Penner! Ich helfe dem anderen! Vorsicht, der Ziel ist doch uns! Du bist verletzt, ich zieh mir das an! Ja, hier, ich bin gerade um den Weg. Nein, 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 da kommt natürlich noch einer in die Tür raus. Wir sind hier vorne bei meiner Leiche, drei Leute. Vorsicht, ich seh'n nicht, aber da war noch einer. Das krieg ich nicht! Dann kommst du auf die Beine! Bist du verletzt? Ich hab keine Munition mehr! Soll ich seine Wunden versorgen? Erste Hilfe, gib's schon! Hat jemand Munition übrig? Ich flick dich zusammen! Munition, bin leer! Ich hab' ihn zurückgegangen. Geht's wieder, Bess! Geht's wieder, Bess! Du, Bess! Bess! Du bist verletzt! Ich kann dir helfen! Bess! 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 Wir loberen. Sieimme! Das ist ja nicht Veterans. Da bin ich nicht later! Steck' es immer! Bess! Nein doch Tag! Ich bin unter dem. Ich geh' dem. Hier, erste Helfe. Charlie Richtung. Hier, erste Helfe. Da hinten auf der Ecke. Hier, erste Helfe. Da wohnt der Tasse. Da hinten in der Ecke. Shit. Einer hat mich. Da wo normal die Flak steht. Da oben in der Ecke sind wir. Ja, ja klar. Alle Schüsse in die Treppe, obwohl mein Visier in halben Meter über der Treppe ist. Wie weit soll ich nur hin und noch rausgehen? Hä? Erobert zum Einsatzziel David. Ich helfe dir. Hier, erste Helfe. Ja. 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 Da kommen wir wieder hoch. Aussisch links im Gang laufe. Wieder im Tarsitzel. Ja. 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 Ich bin dann im Tärrin hinten. Ja. 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 Brauch ich mich mal dahin. Ja. Ja! Na puck. Ja. Ich bin dann in der Luft. vorsicht auch bei mir um die ecke noch drei vier leute für dich kamerad erste hilfe hier erste hilfe wir werden zurück ja klar kommen da steht auch genau so dass er mich drückt und 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 Ich krieg dich wieder hin. Ich zieh mir die Wunde an. Vorsicht steht noch einer. Wieder dieser Trouble. Ich versorg deine Wunden. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Ich versorgte mich. Ich versorgte mich. Ich versorgte mich. Soll ich dich wieder zusammenflecken? Ich versorgte mich. 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 Okay. Ich versorg deine Wunden. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Damit kommst du auf die Beine. Damit kommst du auf die Beine. Damit kommst du auf die Beine. Die Polizei, schnell! Kann ich mir die Wunde mal ansehen? Feindlich ist ein Geh! Du kriegst dich wieder hin! Sie haben Einsatzziel David erobert. Erste Hilfe, greif zu! Ich habe gerade die Spritz ausgepackt und in dem Moment kam die scheiß Granate geflogen. Fuck! Soll ich deine Wunden versorgen? Erste Hilfe! Erste Hilfe! Nimm schon! Da drüben ist ein feindlicher Sturmsoldat! Da drüben ist ein feindliches Schatz. Die Wunderschöne! Da drüben, feindlicher Speer! Ich habe mich erfolgreich hin rumgeschlüsselt. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Das neue Einsatzziel. Da drüben. Drei Mann hier bei mir, einen habe ich. Das ist Thomas Dahn. Das ist Dorken, was weiß ich. Battle of einen Fünfer, wenn du so eine Xbox kaufen kannst. Hier, erste Hilfe! Ja und jetzt von hinten, ich kann nicht mehr. Jetzt wird schon hinten weg geballert. Vorsicht, der ist noch vor mir. So ungefähr fünf Meter direkt an die Mauer. Gerne, 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 Gerne. So, sofort! Verkleckt oder kackt! M.G., seid vorsichtig! M.G., seid vorsichtig! Hier, erste Hilfe! Der Feind hat den Strengsatz an Einsatzziel Albert entschärft. M.G., seid vorsichtig! M.G., seid vorsichtig! Albert platziert! M.G., seid vorsichtig! 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 die nachkommen Ich krieg dich wieder hin. Erste Hilfe, nimm's schon. Wir haben Einsatzziel Träger erobert. Ich versag deine Wunden. Hier, Erste Hilfe. Braucht jemand Erste Hilfe? Ach ja, dann geh die Scheiß-Tollwertradform von mir hoch. Erste Hilfe, nimm's schon. Erste Hilfe, nimm's schon! Auf nein! Obwohl, auf den Feldenzer. oh für dich kamerad erste hilfe soll ich seine wunden verzeugen was ich die zähne auf mich die kommen da oben ganz recht zustimmen schmale gang durch hier erste hilfe für dich ich mir die wunde mal ansehen damit kommst du auf die beine lasst mich deine wunden versorgen ich zieh mir die wunde an habe ich zwei fliege habt ihr mann erste hilfe ich helfe dir ich helfe dir Ja, ich hab's gesehen, wir konnten aufklicken. So, ist aus, warum anders läuft. Am Durchgang ist noch einer. Ach, der Penner, wo er liegt, ey, komm. Rechts auf dem Hügel. Ja, genau, genau, jawohl, down. Sauber, Markus Hossner. Erobert Einsatzziel Albert. Ich mach mal noch mehr, so wie es aussieht. Erste Hilfe. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Du liegst ja das andere Mal. Ich flieg dich zusammen. Hier, erste Hilfe. Komm in das Kampfgebiet zurück. Ich bin gemessert worden, also mich kannst du nicht wiederholen. Ich nehm wieder meine andere Knappe, ey. Wir werden zurückgedrängt. Na? Erste Hilfe. Wo dann noch? Ach, der Oppo auf dem... Ah, nein, ich wollte schon da auf dem Bunker. Ne, die sind ja der Oppo bei Bravo, wo dann mal die Flagge ist. Ich bin jetzt zurückgedrängt worden. Erste Hilfe, nimm schon! Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Du bist verletzt, ich seh mir das an. Hier! Erste Hilfe für dich! Wir haben mich erwischt! Sanitäter! Die Banade im Haus. Erste Hilfe, greif zu! Ach, ja, komm, ey. Was, ey, du da stehst du in der Ecke, auf einmal rutschst du mit mir, der wieder runter, ey. Das gibt's doch gar nicht. So wie ich das... Doch, ich sieh's grad. So wie ich das Ding, das Madi... Mein Madi-Pack geschmissen hab, ist er grad wieder runtergerutscht. Komm, ey, ich krieg doch Kinder. Was ist das los? Was seid ihr denn, ihr wie der Fan-Noobs, ey? Was ist das los? Wir werden zurückgedrängt. Ich schaff das nicht, ey. Ich schieß den Fünfdinger auf die Brust, ey. Nichts geschieht. Nein, er, bub, 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 und ich tricke direkt Kopf. Nein, er, bub, 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 bub. schon was ist dann los ich schieße den ins gesicht und nichts geschieht was ist was geht dann ab wir haben ein satz erste hilfe ich hoffe das zeug nützt was hier erste hilfe erste hilfe greif zu klar komm jungs da stehen drei mann hinter mir wie kann der mich umballen braucht jemand erste hilfe sieh mir die wunde mal an bist du voll Guck mal, ey, ich hab schon wieder nur... Ey, komm, guck mal. Ey, was ist denn das? Hä? Ich schlafe 100 Meter von dem Gas weg und sterbe immer noch deswegen. Ja, ohne Witz jetzt, Markus. Ich schlafe... Ey, das Gas explodiert vor mir. Ich drehe mich rum. Ich bin wirklich schon 100 Meter von dem Gas weg und ich kriege immer noch Schaden. Ja, Mann, Erste Hilfe. Ich flicke jetzt zusammen. Hier, Erste Hilfe. Er hat nur nichts schon. Hier, Erste Hilfe. Danke. Erobert Einsatzziel Cäsar. Erobert Einsatzziel Cäsar. Ich zieh mir die Wolle an. Ey, was ist los hier? Zusammen ist es noch. Ich bin verletzt, helft mir! Erste Hilfe, greif zu, Mann! Braucht jemand Erste Hilfe? Du bist verletzt. Ich kann dir helfen. Ich frag mich, wie die immer sich so anschleichen können. Da laufen tausend Leute rum. Ey, sieh die, keine Sau, oder was? Die Granate ist raus. Oh, ein Zug! Ich soll es dich wieder zusammenklicken. Ich kann mich bei jemandem zusammenklicken. Ich kriege dich wieder hin. Hier, erste Hilfe. Wo ist das? Ey, ich... Ja, ja, klar. Ja. Mhm. mhm und wie weit wir da haben geht auf Wir werden zurückgebrannt. Verpack deine Wunden! Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Rippstoff! Hier! Erste Hilfe für dich! Soll ich deine Wunden versorgen? Hier! Erste Hilfe! Damit kommst du auf die Beine! Eröbert Einsatzziel Cäsar! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Kannst du dich mal ansehen? Ey! Ja! Munition! Zu mir! Ich helfe dir! Danke, Salter! Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug jetzt dort! Hier! Erste Hilfe! Ja! Feindlicher Sanitäter! Ja! Ich seh mir die Wunden mal an! Erste Hilfe! Nimm schon! Ja! Ich bin der Schloss! Ja! Ich bin der Schloss! Ja! Ich bin der Schloss! Hier! Erste Hilfe für dich! Ich bin der Schloss! Ich bin der Schloss! Hast du das gesehen? Ja? Das gibt es nicht! Der verschwindet, ey! So wie ich auf dem Visier ist der auf einmal unsichtbar vor der Wand! Seh ich den nicht mehr! Sie gehalten! Ich habe die Schloss! Na ja! Ey, guck... Hey, die Schloss! Ja klar! Das wird er das Beste. Das wird er immer so eins, zwei Wichser. Du kannst wieder machen, was du willst. Du bist doch gar nicht unter Beschuss. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Hier, Mann. Erste Hilfe. Danke. Lass mich deine Wunden versorgen. Lass mich die Wunden... Tobey's! Tobey's! Was ist das? Ein Speer, seht ihr ihn? Ich habe mich ganz draußen rumgeschüttelt. Einen habe ich. Das Schiengewehr, eindeutig feindlich. Da, ein Speer. Na ja, klar. Ich bin down. Vorsicht. Einsatzziel Albert. Bleib am Navy Racer, ich bin mit dabei. Ich bin zu klein, da oben. Oh nein. Polizei, hier! Was war denn das denn? Hä? Ich brauche einen Sani! Das habe ich eben gesehen. Ich bin gerade drin, Vorsicht. Einen habe ich. Drei habe ich. Drei habe ich. Drei habe ich. Drei habe ich. Hier haben Munition für dich. Achtung, auch. Der hier fällt rum. Hinter dir. ja klar mann auf alva, auf mehr munition munition, aufzug ja 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 Hat jemand Munition bestätigt? Braut jemand Munition? Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Sprengsatz an Einsatzziel Berkler platziert. Hier, Munition. Der Feind hat den Sprengsatz an Einsatzziel Berkler entschärft. Ich steh mir dran ab. Achtung Führung, Vorsicht. Hier, Munition. Hier, Munition. Ich steh mir dran ab. Achtung Führung, Vorsicht. Machen Führung, Vorsicht! Ausfahrung, Vorsicht! cust Sprengsatz an Einsatzstuhlwerke platziert. Sprengsatz an Einsatzstuhlwerke platziert. Sprengsatz an Einsatzstuhlwerke platziert. Sprengsatz an Einsatzstuhlwerke platziert. Wir müssen doch Alpha einnehmen. Oh nein, die haben uns zurückgedrängt. Die haben uns zurückgedrängt. Hey, wir müssen hier. Wir müssen hier wieder einnehmen. Ja klar, hat er noch... Ja, ja klar, hat er noch gehaftet. Oma hat gehaftet. Ich war bald rum im Arschloch. Infang kriege ich die Rechte, fahr mir noch. Rechts an der Seite. Ich glaube, ich kann mich auch so rumgleichen. Hat jemand Munition bestellt? Ja, nicht, Kameraden. Rinder mir, Achtung. Wir haben Einsatzziel Albers verübert. Attackiert das... Habe ich geholt hier, Rage. Wir haben Munition. Die Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Ich muss kurz weg und angehitten sind auch. Hier, Tresher-Munition. Ich habe mein Brot nicht gelacht. Oh, ich guck's. Ich habe noch den Fels verlinkt. Ich bin verwandelt, Sunny. Munition für dich. An Einsatzziel Albert platziert. Tresher-Munition. Oh, Kameraden. Der Feind hat den Sprengsatz an Einsatzziel Albert entschärft. Ich bin hier auf ein M.G. gestoßen. Und jetzt schauen, geradezu. Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Heimann. Brauchst jemanden Munition? Ich kann mich mal über Verhandeln. Der Feind hat den Sprengsatz an Einsatzziel Albert entschärft. Der Feind hat den Sprengsatz in den Sprengsatz in den Sprengsatz. Der Feind hat den Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Der Feind hat den Sprengsatz an Einsatzziel Albert entschärft. Der Feind hat den Sprengsatz in den Sprengsatz in den Sprengsatz in den Sprengsatz. Jetzt munition! Der Feind hat den Sprengsatz in den Sprengsatz in den Sprengsatz. Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Sprengsatz in den Sprengsatz in den Sprengsatz in den Sprengsatz. Sprengsatz in den 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 Sprengsatz in ich freue mich, ich liege noch direkt heim an Sanitäter, da ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so stark geworden in der letzten Zeit kaum die Berührung, da habe ich nur noch 50 Prozent auch schon wieder, ganz kurz berührt Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert Ja klar, ha, guck mal, ey, ja klar, ey, Riese, Baumwurzel, ein Hügel, alles dazwischen und er schießt mich dadurch mit der Hellregel und ist noch da sind drei über 20 Meter weg Wir haben Einsatzziel Albert ausgeschaltet Herrlich, Herrlich, Herrlich zum Schluss nochmal so ein scheiß Dreckskill gefangen den Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn du es rot siehst, dann treffe ich ihn am Kopf. Ja, guck mal, da noch Spaghetti draufstehe. Ich bin da schon hundert Mal runtergesprungen und noch nie bin ich drauf gegangen. Ich bin dauernd. 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 mich Aquí. Das kriege ich hier hin! Ich mache hier. Ich wohne irgendwo unter der Treppe rum. Sechs. Zehn. Elf. Dreizehn. Euch muss hier unter der Treppe. Ich wohne irgendwo. Ich wohne hier. Ja, ja, ja. Ja, klar, aber nicht mehr. Achtung, bei mir kämpft direkt einer. Wir werden zurückgedrängt. Hier, erste Hilfe für dich! Wer ohne kommen soll? Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! Errobert, Einsatzziel Cäsar. Aber hier ohne ist noch einer. Hab ihn. Erste Hilfe, nehmt schon! Warte, die ganze Zeit. Handle dich selbst! Wir müssen Charlie wiederholen, sonst muss ich die weitermachen. Tag, ist bei mir? Tag, ich... Da bekommst du auf die Beine! Sieht ihn! Stopp, Soldat! Ah, ich bin nicht auf die Beine. Ich hab gedacht, er kommen wir hin raus. Ich hab ihn raus. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Ein Sanitäter von der Gegenseite! Erste Hilfe, gib schon! Guck mal, dass man direkt hier von der Gegenseite holt. Durchgang, kontakt, erwähnt. Errobert Einsatzziel Warta. Vorsicht, rechts, Pfanne und rechts waren noch. Feuern noch! Hier, er ist der Hilfe! Nein! Nein, komm! Es ist Panzer. Wir haben für Sorge, aber keine Muni dabei heute. Was ist denn das für ein Assi, ey? Wir haben jetzt nicht zu! Wieder, wenn's geht! Okay! Er ist der Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was! Ich hoffe, das Zeug nützt was! Ich hoffe, er ist in den Gang rumgerannt. Nein, da hat mich der scheiß Panzer wieder! Wir werden zurückgedrängt! Wir werden zurückgedrängt! Ich hatte Panzer! Wir werden zurückgedrängt! erobert einsatz ziel zähler und das und das hier erste helfe ach ja komm ich mache die das die liegen schon tot auf dem boden aber kennen eure haften inschmeißen was kann doch wohl nicht wahr sei hier erste helfe für dich hier 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 ja klar ja ja wieder dieser trägische für hurte italiener hast du die könne alles hast du das gesehen eben wieder da steht vor mir auf der treppe ich kann nicht mehr sein kann erobert ja vorsicht aber hinter mir war noch einer fahrzeug ich kann dir helfen hier ist der hilfe Noch jemand erste Hilfe? Ja, komm schon. Ich zieh mir die Wunde mal an. Erste Hilfe, greif zu, Mann! Ich bin gerade down gange bei B. Aber ich bin schon wieder unterwegs. Ich bin eben gerade down gange. Penny hat mich mit der Granate erwischt. Wir werden zurückgehen. Ich werde von der Granate aufpassen! Für dich, Kamerad. Erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Greif zu! Erobert Einsatzziel Cäsar. Schiff ist, Schiff ist, Schiff ist, Schiff ist, Schiff ist, Schiff ist. Erste Hilfe! Jesus ist, Schiff ist, Schiff ist, Schiff! Ja, aber, also, es ist! Und hier wird auch, wo ich das was erheben. Ich will hier mal eine Erste Hilfe! Was hätte ich nämlich noch mit? Ich bin ja so ein italienischer Muschi-Server. Und wieder dieser dreckige Ithaker, ey. Ohne Scheiß, ey. Zwei von den Ithaker, die hier auf dem Server sind, kann ich machen, was ich will. Ich krieg die nicht down. Ich hab mich bloß geschehen gebraucht, ja. Guck mal, wir sind immer der Schmerz. Erste Hilfe, nimm schon! Ja, warte, denke ich. Ach so, hier im Gang. Hier im Gang. Jetzt kommt ich auf die Beine. Ich muss nur gucken, da ist ein paar Minuten weh, ja. Ey, das... Wieder diese Italiener, das gibt's doch nicht! Ey, ich kann auf diesen Assasino 02 Ithaker, wichs, drecks hässlich, drecksau, schießen wie ich will, der verreckt einfach nicht! Die Granate geht direkt nebenher im Hoch. Nein, er kriegt einen Schaden. EIN Schaden! Klar. Ich steh auf der anderen Seite von dem Eisebahnwaggon und geh truff mit der Stielhandgranat. Ja, klar. Ey. Na ja, sei denn! Erste Hilfe, nimm's schon! Hier! Erste Hilfe! Wo? Wo? Ey, komm, jetzt steht der schon, der Oppe auf der Treppe und keiner rafft es wieder. Komm! Zehn Mann laufe an dieser Treppe vorbei, aber keiner merkt, dass der Oppe aner steht! Ey, das ist doch so behindert, ey! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Greif zu! Komm! 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 Hier! Erste Hilfe! Erste Hilfe, ne? Erste Hilfe, ne? Und die liegt dann auf einmal da. Ja klar, die liegt auf einmal, der legt die Hand auf der anderen Seite, ja. Ja. Erste Hilfe! Komm! 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 Wir machen Erste Hilfe! Ja, ich glaube, er ist schon erst endlich eingenommen. Ich muss gerade mal laden. Ja, ich glaube, er ist schon erst endlich eingenommen. Bei dir und deine Leistung sind wir noch im Haus, oder was, bitte? Was? Ach, ja. Wo du stolzer? Hallo! Erobert Einsatzziel Cäsar. Und die hast du nicht schieben, ja? Ich hab gehört, nicht das Holz mit. Haha! Und Leipzig mit den Tuch nicht ohne gehalten, muss ich mir den auskippen, oder was? Yeah! Ja, das ist doch mal so viel Startschlug. Dann retten wir mich nicht noch. Ich gebe mich noch recht herzlich für deinen Einsatz in der Flanke. Und dann... Nein, das ist auch nicht sehr. Das ist nicht sehr, immer so sehr. Munition, schnell! Erste Hilfe, greif zu, Mann! Für dich, Kamerad. Erste Hilfe! Oh, der Schlange sieht! Hat jemand Munition übrig? Ich bin gleich! Na klar, ey. Ich krieg mich nicht mehr. Es kann einfach nicht wahr sein. Ich brauche uns nicht mehr. Braucht jemand erste Hilfe! Oh, der Feindliche Sturm sollもしren! Ich werbe die Granate! Vorsicht jetzt! Dassos! Einsatz! Ich brauche mich so schnell! Ich brauche mich so schnell! Vorsicht jetzt! Sturmsoldat! Damit kommst du auf die Beine! Ich brauche den ersten Stock bei meiner Leiche. So jetzt rechts im Haus. Ja gut, da ist er gerade. Ja, der war daun, der war daun. Das war leider noch. Er ist Hilfe! Bleib zu! Hier! Er ist Hilfe für dich! Ja, ich wollte aber erst noch lauter Marien. Wenn man jetzt von hinten in die Puppenstolz geht, wenn man von her geht. Ja, ich sehe es auch. Durchgang an der Seite. Wir haben Einsatzziel Bertha. Ja klar. Ja. 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 Ja, Sturmzolle abgesichtet. Da drüben ist der Sanitäter. Ich kann doch nicht mehr als mit einem Visier aus fünf Metern Entfernung auf dem seinen Rücken zielen und abdrücken und keine Kugel trifft. Wir werden zurückgedrängt. Unglaublich, wirklich, wirklich unglaublich. Der steht fünf Meter vor mir. Ich schieße, ey, ich habe das Visier genau auf seinem Rücken. Pam, 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 alle sieben Schuss, kein einzigen Schaden. Da drüben ist er. Erobert, Einsatzziel Bertha. Hier, erste Hilfe. Das war ein Gewerkanade dabei, gell? Hey, ich brauche Position! Soll ich seine Wunden versorgen? Ja, ja, ist klar. Ey. Ich bin doch mit, äh, der steht über, über dir mit Dynamit. Ich bin schon weg. Der ist über. Der steht über dir mit Dynamit. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Hier, erste Hilfe. Hier, erste Hilfe. Damit komm ich auf die Beine. Auf jeden Fall, werft ihr Hilfe? Oh, das ist klar. Wir werden zurückgedrängt. 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 essa. Und wir werden zurückgedrängt. Wir werden zurückgedrängt. was die sehen uns nicht ich habe direkten hätte ich habe direkt ein headshot gerät einsatz zähler Ich glaube, die Lärm sind schon rum, ich muss mich nicht sagen, ich denke mal, ich schätze, ich bin nicht schön. Ja, es läuft gerade bei mir vorbei, es läuft gerade bei mir vorbei. Ja, ja, wir sind gleich noch, wir sind gleich noch. Der Granaten. Den habe ich. Ah, den habe ich. Du hast den Pankern, da waren wir hier. Darin. Rück, rechts, weiter. Es ist ein feindlicher Sanitäter. Feindlicher Sanitäter gesichtet. Darin. Wir werden zurückgedrängt. Ja, Mann, erste Hilfe. Alles so kalt. Das war dann das jetzt mit der, warum konnte ich eben wieder nicht nur links laufen? Das haben wir gesehen. Hier, erste Hilfe. Hier, erste Hilfe für dich. Da drüben ist ein feindlicher Sturmsoldat. Die erste Hilfe, nimm schon. Erste Hilfe. Nicht, der Lage, komm mal. Nicht, der Lage. Leck dich nieder, du dreckig Ding, du dreckisches. Dreckig. Ich lege dich nie in der Guckgezeltchen, das sei bei der Runde, du scheiße. Ha! 14 kill zum sprengstoff gemacht 16 habe ich glaube ich noch gebraucht ja das ist eine gute idee, kannst du mal achten was zum Wampfer in schieben nur wie gesagt ja gibt aber aber abo gebühren sind auch eine mensch das sind dann den hat auf einem jamper abo kosten an abo kosten 4 9 monat und du kriegst noch drei nackte videos dazu aber aber als andere als eintrittsratual musste hiege was die griechen schnuller in den arsch und muss 090 38 ja wie gesagt ich schreibe jetzt schreibt ihr jetzt mal über facebook aber facebook sagt schon wieder über whatsapp auch mal gucken ob es scheint auch noch melde das ist das muss ich mal sowieso nicht verbieten wie gesagt ich habe nur gemahnt hat weil der marcus sich so stark gemacht hat und ich dann einfach und wenn du es raus meiste weil ich so sehr inaktiv war dann denke ich mir auch also was solltet das ich habe auch ein leben gesteckt doch nicht jeden tag am bettel viel das ist aber seite dass wenn es heute noch solche kultisch spieler hast wie pokémon welche die denken die werden die nur quatschen wie als würde ich einschlafen das ekel pokémon drauf naja das ist der marcus das thema hat sich hat sich gerade erledigt ja ich wollte gerade ich wollte gerade marcus ausschreiben das telefon in die hand er hat mir hat mir das schon geschrieben so vor 20 minuten ungefähr du hast da sehr viel wie dir stand zu tage gefördert was deine rückkehr unmöglich macht wohl und dieses ein maschinengewehr natürlich das kann ich nicht ich kann sehen